hi freunde und herzlich willkommen hier bei archi gaming fluch wieder am start heute gibt es kein weiteres quad building challenge es geht heute um die foot player days genauer gesagt um die zeit limitierten pack angebote es gibt zwei für 1 packs sozusagen im shop verfügbar zeit limitiert und um diese wollen wir uns heute kümmern und zwar mit einem experiment wer euch das experiment jetzt schon gefällt könnt ihr gerne das video support und einen fetten daumen nach oben ihr wisst bescheid 300 likes gebe ich euch als ziel aus lasst also gerne liebe da jungs zeigt support und falls ihr das dann die nächsten tage wieder sehen wollt ein pack experiment dann werde ich jetzt auf jeden fall gerne wieder mit euch angreifen denn die foot player days gehen exakt bis donnerstag hier seht ihr einmal und zwar bis zum zwölften märz 19 uhr deutsche zeit freue dich auf themen inhalte wie zum beispiel themenbezogene aufgaben spcs pack spezialangebote und zum anderen natürlich what if tumor 2 was insgesamt noch bis zum zehnten märz da ist also stand jetzt ist es noch da für einen tag und acht stunden die packs selber sind noch für knapp acht stunden da wenn das video also seht könnt ihr gerne das ganze selber versuchen mit eurem account falls ihr die sets noch nicht selber aufgemacht habt weil sie generell kein spc kommt mehr verpassen wollt könnt ihr gerne auf kostenfreie basis natürlich gerne auch die glocken die glocke unten aktivieren jongens ich bin schon komplett durch hier ich bin mega gehypt auf den content auf das experiment und euch gemeinsam und wir haben gestern ja und zum beispiel schon um das ultimative pack for free gekümmert haben wir insgesamt vier sets mit der community insgesamt aufgemacht und auch die 81 plus doppel player pick spc mit euch angegriffen könnt ihr oben rechts auf dem i einmal abchecken ich zeige euch jetzt wie das ganze funktioniert und zwar ist es so footplayer day sind draußen ist eine promo wo wir mehr oder weniger was geschenkt bekommen wir haben schon das geschenk wie gesagt gestern bekommen und unter anderem auch am start ist diese aktion two for one also zwei packs für eins also ihr bezahlt einmal und bekommt zwei packs zurück das heißt und ihr seht es jetzt hier direkt und zwar ist es folgendermaßen mega pack eigentlich immer 35k set kostet jetzt nur noch 17 ein halb k ja also könnte quasi für 35.000 münzen jeweils zwei packs was eigentlich sonst immer ein pack ist öffnen ja könnte für quasi für 17 in halb k das ganze öffnen insgesamt verbleibend sind hier vier packs und auf der anderen seite haben wir ein eigentlich 25k set ein premium gold spieler pack was jetzt nur noch die hälfte kostet wie gesagt two for one 12 und halb k davon aber acht packs und alle wollen wir heute alle zwölf packs wollen heute öffnen insgesamt wie gesagt noch acht stunden 13 minuten jetzt verbleibend und wir wollen gucken kann man das mit profit machen ist es vielleicht sogar ja mehr oder weniger gar nicht möglich ohne profite raus zu gehen ist quasi der profit eigentlich sowieso logisch vorprogrammiert sozusagen was natürlich sehr sehr gutes ist eine promo ist momentan noch am laufen ja das heißt wir haben momentan die word if karten es sind natürlich alles tradel packs das heißt wir können wirklich alles jedes einzelne ding hier verkaufen und ich würde sagen wir fangen einfach direkt mal an hier sind übrigens nicht als spieler drin zwölf gold spieler die drei selten davon sind und ich würde sagen aber einfach mal an premium gold spieler packs jungs eigentlich wie gesagt sets die 25k kosten öffnen wir jetzt mal hier komplett wir öffnen alles mit münzen jungs wir öffnen alles mit münzen vielleicht sieht auch mal oben den kontostand das wäre natürlich noch so besser dann könnt ihr wirklich sehen ob wir hier mit profit raus gehen oder nicht wir rechnen das jetzt jeweils immer grob so ein bisschen gegen und wir fangen tatsächlich oh ja wir fangen tatsächlich an mit einem 83er acunia so und jetzt geht ihr folgendermaßen vor jungs ich zeige euch wie das ganze funktioniert ihr könnt jetzt auf einen preisvergleich gehen übrigens der transfermarkt komplett runtergegangen die preise und so weiter und so fort also da bitte jetzt nicht instant direkt verkaufen im schnitt kosten ja hier so die gold online karten jetzt nicht mehr aktuell sind wirklich günstig eigentlich so 800 900 münzen ja also können wir 1000 im schnitt rechnen 1 2 3 4 5 6 7 8 und 9 sagen wir mal so 10k klima ja safe raus das set selber zwölf und halb gekostet also eigentlich diese drei spieler packs könnte überhaupt kein verlust mitmachen wir werden sie jetzt mal alle reinpacken in den verein ich empfehle euch das auch jetzt nicht direkt instant zu verkaufen sondern zu warten ja bis sie wieder relevant werden zum beispiel ein täte und so weiter wenn er dann wieder hoch geht durch eine spc oder jetzt so ein innenverteidiger webstar aber dadurch dass alle wahrscheinlich dieses heads jetzt hier öffnen ist natürlich der transfermarkt komplett auf dem boden insofern können wir das jetzt nicht instant 1 zu 1 gegenrechnen aber ich denke das versteht ihr machen einfach mal direkt das nächste pack auf und wie gesagt das ist zum einen spc futter und zum anderen könnt ihr natürlich dann auch wirklich alles verkaufen alles könnt ihr zu coins machen jungs und im idealfall könnt ihr ein oder zwei walkouts ziehen das wäre natürlich noch ja noch umso besser wenn wir hier im walkout rausziehen können aber ihr seht jetzt selber bei solchen karten jungs ihr seht jetzt zum beispiel so ein bender der kostet schon 1 3 alleine jetzt schon weil er 81 grad ist es non rare und wie gesagt die kosten eigentlich wenn es ganz schlecht läuft 400 münzen wenn wir mit 400 münzen rechnen sind 800 pro zwei pack also rechnen wir mal so ungefähr pro 3 sind 1200 also 2400 3600 und wer das jetzt direkt verkauft dann kann ich euch sagen macht ja auf dem fall kein profit aber wir wollen gucken ob wir jetzt direkt ein walkout ziehen können ein what if spieler und wenn euch wie gesagt dieses pack opening sozusagen gefällt könnt ihr gerne das video supporten mit einem daumen nach oben und hier wird es jetzt mal wieder ein bandspieler und es wird 85er 85er kurke jungs 85er kurke das ist sehr sehr gut obwohl die 85er natürlich jetzt auch wieder ein bisschen runter gegangen sind aber so ungefähr 20k also mit ihm haben wir jetzt alleine schon das pack wieder zurück geholt ihr habt gesehen hier 16k drauf geboten also mit dem haben wir jetzt sozusagen schon saftig dieses pack zurück reinvestiert anthony alex vidal 1 2 der kostet auch schon ordentlich was also damit haben wir schon wirklich vielleicht sogar zwei sets mit dem set alleine wenn wir alles verkaufen würden 83er sapata schon wieder zurückgeholt und ihr seht es fünf packs haben wir jetzt hier noch von den acht machen wir das nächste auf jungs machen wir das nächste auf also langfristig gesehen wenn ihr wirklich klug das ganze macht könnt ihr hier nur mit einem profit rausgehen ja und jetzt haben wir die nächste waren frankreich tobert mondan da jungs 83er vielleicht mal zwei 83er jay 82 blind auch nicht schlecht je nachdem kann er auch gut hochgehen ein yang ist am start auch immer was teuer je nach spc gute position cc zum beispiel innenverteidiger bolassi und mondan da und wenn natürlich da noch mal 83er oder 84er ist bis sie um die ecke kommt die jeder machen will dann können natürlich die 83er auch wieder komplett durch die decke gehen so vier stück jetzt hiervon noch und dann die mega packs komm jungs wo ist der erste walker drückt die daumen wir wollen den what if spieler ziehen in der hoffnung dass das hier was gibt aber der 85er eben war auf jeden fall schon mal nice und wie gesagt auch wenn das jetzt da aussieht dass wir komplett hier nur verlust machen mit den sets jungs ihr wisst selber was die letzten wochen war gold non rare haben so 900 münzen im schnitt gekostet und wenn das dann noch mal der fall ist die dann alle für 900 zu verkaufen dann kommt er hier profitabel raus weil dann zwölf spieler die im schnitt für 1000 münzen dann habt ihr die 12k zurück und hier haben wir den nächsten wann spieler jungs havertz wieder so im schnitt 20k also wir können schon 40k auf jeden fall rechnen die wir so gemacht haben dann aber 20k mit koke und 20k mit havertz die wir hier gemacht haben und eine special karte wäre jetzt noch nice jungs komm aus den letzten zwei spieler packs ein walkout will ich sehen noch oder 85er wieder das gibt uns fast die zwei packs dann zurück sozusagen 24k 25k und mit einem 85er schon 20k zurück geholt also das war echt gut dabei sanson jungs war auch in den predictions gut dabei leider nicht gekommen jovinko kommt auf die transferliste noch und das gute ist wie gesagt dass ihr euch vor allen dingen auch euren verein voll macht jungs mit spielern und wenn da was kommt oder hoch geht aus den spieler packs kein walkout gezogen was ist da los was ist da los aber 285er und das halten wir fest 40k also das schon mal nicht schlecht der rechts kommt auch die transferliste und wir gehen rein in die mega packs sofort und ich habe jetzt mal hier kurz zusammengerechnet also wenn wir im schnitt jeden einzelnen spieler aus dem pack für 900 münzen verkaufen würden haben wir insgesamt 86.400 coins quasi wieder gut gemacht wir haben jetzt insgesamt ja acht sets geöffnet heißt insgesamt 100k ausgegeben und wir haben ja schon zwei 85er die wir jetzt mal als 20k berechnen pro spieler also 40k für havertz und für kurke plus dann gut zwei spieler müssen wir jetzt quasi der weniger nehmen sagen wir mal 85.000 münzen noch oben drauf für die ganzen andere spieler die wir gezogen haben wenn wir die im schnitt für 900 münzen verkaufen würden also 85.000 münzen plus die 40k also da sind wir dann wie ich eben schon gesagt habe allein jetzt ohne walkout jungs und das ist wichtig jetzt zu wissen ohne walkout sind wir jetzt hier schon ordentlich im profit ja haben also 25k profit gemacht ohne walkout theoretisch wenn wir alles alles verkaufen würden okay also das schon auf jeden fall jetzt zu den 25k sets die es da quasi gab und jetzt werden wir vier öffnen und zwar von den mega packs mal gucken wie das jetzt läuft jungs komm insgesamt gehen wir jetzt also nochmal 70k aus im ersten kein walkout und die frage ist ob wir jetzt nochmal die 70k zurückbekommen wie gesagt wir rechnen mit jetzt schon mal 125k also wir sind 25k im profit sozusagen ich habe es euch eben erklärt wie ich das ganze rechne und hier haben wir jetzt auch schon wieder insgesamt drei sechs neun zehn spieler ganz einfach brauchsobjekte jungs jetzt zum beispiel mal ein hunter am start let's go 5k auf jeden fall in der tasche zack 5k direkt zurückgeholt aus dem 17 jetzt brauchen wir noch 12 12k pack 12k sozusagen zurück und wir haben hier drei ja was war das zehn zehn spieler so wenn wir die wieder auf dem schnitt für 900 verkaufen jungs dann haben wir wirklich noch zweieinhalb k quasi die wir hier ausgeben beziehungsweise zurückbekommen müssen stürmer mittelstürmer jungs sind das auch saftige 5k let's go sei denn es wird wieder falsch angezeigt das ist ein bug oder so das packen wir auch mal auf die transferliste dass wir wirklich alles verkaufen können jungs und jetzt gehen wir noch die nächsten packs rein also ihr seht ihr müsst wirklich alles abchecken jungs verbrauchsobjekte etc pp und nicht abstoßen ihr habt zuletzt einen gehabt jungs mit dem haben wir packs geöffnet der hat bronzespieler silberspieler einfach so abgestoßen wo ich mir denke mein gott guckt doch erstmal ob die was wert sind gut jetzt haben wir hier den nächsten 83er am start aber jungs 83er ist 83er aua haben wir auch noch shaka ake ja als city spieler und jetzt zum beispiel wieder ein man of the match marki matchups ucl marki matchups so wird die rauskommen jungs ich sag euch da ist der profit auf jeden fall da muss doch ein fehler sein hier oder jungs mit dem treffer mit der treffersuche warum ist das was ist denn da los ich dachte das war mal das war mal das war mal das dachte das war mal angepasst naja gut wir machen trotzdem mal jetzt verfahren die für 5k rein und sonst haben wir noch renato und die alle als duplikat alles rein in den verein und jetzt noch zwei mega sets zu gehen sind die zwei mega sets mega sets fragezeichen komm ein walkout ihr gönn uns doch ein walkout gestern haben wir aus dem untradle pack ultimativen pack einen one if spieler gezogen hier wird es der legendäre pope 82er pope wraithwaite also auch wieder spieler en masse und hier wie gesagt da muss ein fehler sein mszm aber auch keine schlechte position sachen wir packen sie mal oben drauf und gucken gleich vielleicht mal so und falls ihr sonst irgendwas etwas coins bringt lasst mich in den kommentaren wissen das letzte mega pack jungs für dieses video ein what if spieler nein kein what if spieler leider portugal immerhin lm und dann wäre rafa wahrscheinlich der nächste 83er um die ecke kommt dann haben wir noch wie tolo und wie gesagt je nachdem sind die dann wieder im schnitt 900k wert verträge auch übrigens nicht diskaden jungs die kosten 200 münzen könnte für zwei münzen anbieten die gehen auf jeden fall früher oder später weg ein paar trikos die wir mitnehmen island trikot scheint sogar teuer zu sein je nachdem 400 münzen kann man direkt mal anbieten also wirklich nicht einfach alles verkaufen jungs bietet es auf jeden fall an vielleicht jetzt noch nicht weil der transfermarkt durch diese packs die eben gerade geöffnet habe wie gesagt runtergegangen ist dadurch dass die alle was geöffnet haben und alle dann quasi auf dem transfermarkt was gestellt haben so ich würde sagen das war's mit dem video wir gucken uns jetzt noch mal kurz an wie das mit den verbrauchsobjekten aussieht positionsmodifizierungen wie teuer bzw nicht teuer sind sie denn ms z um und dann hat man glaube ich noch stürmer ms das ist schon was teurer vielleicht nicht 5k aber so dreieinhalb vielleicht sogar 4k also ihr seht ja haben wir dann doch was gutes gezogen ungefähr dreieinhalb kam stürmer mittelstürmer was wir zurückbekommen haben ich würde sagen das war es mit dem experiment zu den packs ihr habt es gesehen jungs wie viele spieler wir alleine auch in den mega packs jetzt wieder zurückbekommen haben und wenn wir die im schnitt dann für 800 oder 900 euro 900 euro sagt schon 800 oder 900 münzen verkaufen sind wir wieder saftig im profit stand jetzt können wir es von münzen her sehen sind wir natürlich jetzt bei 709 1000 münzen aber ich bin mir sicher das bekommen wir auf jeden fall alles wieder zurück ich habe eben kurz ein bisschen vorgerechnet ich bin gespannt was ihr gezogen habt aus den sets traut ihr euch macht ihr die sets auf ja oder nein ich würde sagen langfristig gesehen auf jeden fall eine investition wert nimmt euch auf jeden fall die zeit diese packs jetzt noch zu öffnen sie sind quasi für einen halben preis nur da zwei für eins packs jungs es lohnt sich meiner meinung nach auf jeden fall und dann heißt es abwarten auf spcs und bis der transfermarkt dann wieder ein bisschen nach oben geht und dann heißt es verkaufen was das zeug hält ich würde sagen das war es mit dem video ich hoffe wir sehen uns heute abend wieder zu dem frischen spc content und dann bin ich sagen haut rein bis zum nächsten mal euer flo von archie gaming tschau leute